hallo und recht herzlich willkommen liebe gaming freunde mein name ist sirius und heute wollen wir uns gemeinsam das asus ecolon gaming headset anschauen in der kamo edition das bedeutet das ganze hat so eine camouflage lackierung noch verpasst bekommen ich habe jetzt von asus mehrere produkte zugesendet bekommen headset maustastatur und so weiter und so fort alles aus dieser ecolon serie und ich habe mir gedacht traditionell beginnen wir einmal mit dem headset wir werden uns das anschauen ich werde ein paar details dazu erzählen ich habe auch ein mikrofon test mit aufgenommen den ich ins video einbauen werde aber zunächst holen wir natürlich erstmal das gute headset hervor ich fand das ganze auch besonders interessant da sich das asus ecolon in einem sehr sympathischen preisbereich befindet das hat zum straßenpreis von um die 65 euro und richtet sich somit jetzt vielleicht auch mal so an pc neueinsteiger oder pc gelegenheitsspieler die nicht direkt 200 300 euro auf den tisch ballern wollen und trotzdem irgendwie ein schönes headset suchen was richtig cool aussieht und was schon eine ordentliche ortung und einen guten spiele sound abliefert ja während ich hier noch ein bisschen verpackungs material entferne könnte ich vielleicht direkt mal erwähnen dass die ohrmuscheln satte zehn zentimeter groß sind und komplett ohr umschließend und auch eine sehr schall isolierende wirkung haben ich habe mir gedacht vielleicht habt ihr lust einmal in die bedienungsanleitung hineinzuschauen traditionell bei dem pc headset gibt es jetzt nicht so viel equipment aber vielleicht ist für den einen oder anderen hier diese spezifikations aufführung mit unterschiedlichen werten ganz richtig dann hättet ihr jetzt gerade pause drücken müssen so hier ist das geflochtene kabel mit dreieinhalb millimeter klinken steckern das kabel ist insgesamt zweieinhalb meter lang und verfügt noch über seine fernbedienung an der ihr die lautstärke und zusätzlich das mikrofon muten könnt ja welche kriterien sind für ein gaming headset wie dem asus ecolon wichtig das ist natürlich zum einen der klang der ist hier sehr auf ego shooter ausgelegt möchte ich mal sagen also das ist so klang mäßig schon so ein bisschen in richtung schritte orten und so optimiert worden und der zweite punkt ist natürlich wie ist der trage komfort beziehungsweise wie lässt sich das ganze einstellen damit ihr damit auch wirklich jetzt mehrere stunden lang spielen könnt ohne dass es irgendwie auf dem kopf drückt das ganze headset ist aus plastik gefertigt ist unheimlich flexibel wie man hier sehen kann also man kann es problemlos in alle richtungen verbiegen ohne dass es irgendwie knarrt oder sich komisch anfühlt oder sowas und das ist natürlich vom vorteil da es sich somit auch an euren kopf anpasst egal wie krumm und schief der sein sollte so das einzigste was ich ganz klar ein bisschen kritisieren könnte wären die ohrpolster die sind hier aus einem kunststoff leder da könnte ich mir vorstellen dass das an sehr heißen oder sehr warmen tagen ein bisschen schwitzig sein könnte da hätte ich mir eher etwas stoff gewünscht am headband selber hier oben ist es natürlich vollkommen gleichgültig von der polsterung ist es allerdings sehr gut also das liegt richtig schön auf den ohren auf beziehungsweise um die ohren herum so groß sind sie eigentlich ja das mikrofon lässt sich komplett im headset verstauen also wahlweise lässt sich das auch wieder hinein schieben das kann man natürlich jetzt nicht mit einem großmembran mikrofon vergleichen und bei einem 60 ohr headset darf man natürlich jetzt auch nicht die absolute high end quali erwarten ich spiele euch jetzt aber einfach mal ein stück ein was ich damit aufgenommen habe hallo und recht herzlich willkommen liebe gaming freunde mein name ist sirius und das ist eine testaufnahme mit dem asus gaming headset ja ich denke da konnte man jetzt ganz schön hören dass die höhen wesentlich mehr betont werden als wenn man jetzt wie ich mit einem sehr teuren großmembran mikrofon spricht aber da muss man einfach auch fair bleiben dass man ein 300 euro mikro jetzt nicht mit einem 60 euro headset vergleichen darf ein fazit von mir zum asus ecolon wäre auf jeden fall dass ich es extrem stylisch finde und ich finde es auch extrem wertig also gerade wenn man den preis bedenkt bekommt man hier ein richtig schönes headset geliefert mit einem guten einsteiger klang möchte ich mal sagen bei dem man eigentlich im grunde genommen jetzt nicht viel falsch machen kann der look ist natürlich immer eine geschmackssache ob man dieses carmo digital design mag ich finde es passt aber prima zu ego shootern und kriegt daher von mir auch noch einen daumen hoch ja wenn euch das ganze gefallen hat ich werde auf jeden fall auch noch die passende maus und die passende tastatur dazu auspacken wenn ihr lust habt könnt ihr das in zukunft hier anklicken könnt ihr da auch noch mal reinschauen ich sage auf jeden fall recht herzlichen dank für euer interesse fürs zuschauen bis zum nächsten mal und haut rein